Natsch in Bayer-Besitz, jetzt schickt den Ball zu Selog Conte. Conte auf der rechten Seite, der ist schnell, der ist schnell, der ist schon im 16er, kann jetzt flangen auf Bilbier. Bilbier, das 2 zu 2! Conte hat Bilbier! Dann zahlt sich die Schnelligkeit aus, da setzt sich durch und sofort greifen die Joker. Und das 2 zu 2, das ist der letzte Faderborn!